Was haben wir hier hinten vor? Amar Overpark. Wo bin ich? Oh, Amar Overpark. Besonders hier hab ich doch alles aufgekauft. Vielleicht muss ich den hier zuhören? Nein. Okay. Hm. Auch nicht. Wie sehe ich schon? Das Zeug muss ich dann kochen werden. Soll ich hier umhören? Wenn man so viel umhören kann man sich jetzt hier auch nicht. Was mit dir? Zunder vor ihm. Okay. Mit der Managerin. Die Managerin steht genervt davor. Ich bin schon mal nie reingelaufen. Ist die hier. Anscheinend brauche ich mehr Clues hierfür. Aha. Okay. Oder ist hier noch irgendwas mit links? Ne. Hier sind keine NPCs. Vielleicht hier oben? Die Tante? Zunder Parfait. Okay. Die Managerin muss die Erlaubnis erteilen. Das heißt, ich gehe jetzt zur Managerin und tangiere die, bis die mir das Ding gibt. Der hat jetzt noch einen Dialog. Passwort. Wenn ich feste. Der hat jetzt nicht mehr, oder? Das ist eine große Teile, ich gehe so weit über das Ding. Wirilitzen. Ich gehe jetzt umhören. Na lights. Dann. ich weiß welcher typ das ist das ist der typ den ich hier hinten getroffen habe ganz am anfang der hier zunder schiro ok naja gehen wir zurück das ist noch was anderes ich würde mir was anderes Was? Tududu. Hey, ich darf es kaufen. Schweine teuer, wetten. Ich habe so gerochen. Ich habe es einfach im Urin gehabt. Es ist nicht mal schweine teuer, ich bin dafür nur pleite. Fuck. Okay, Zeit für die Schütze zu verkaufen. Should be enough. Tudu. So. Zeit das Ding hier zu machen. Äh. Du hast bereits gearbeitet. Es sieht lecker aus. Ich bekomme dir einen. Danke. Danke. Neue Bildungspunkte erhalten. Sechs Punkte. Das ist genug für das hier. Hm. 25 Punkte. 5 Punkte mehr. Ich habe das ein Zehn. Das sind drei. Das kann ich nicht freischalten. Noch mehr Masken. I don't know. Da. Ich nehme mal das. Okay. Das haben wir jetzt. Die anderen haben wir angenommen. Und ich glaube, die meisten davon sind im... Das kurioseste ist, dass einer der Anfragen... Hier ist was ich gefunden habe. Hier ist was ich gefunden habe. Du hast bereits gearbeitet. Ich bin gar nicht voll. Interessant. Besiege Lamina durch die Schwäche. Okay. Ich muss ja noch Mobs mit bestimmten Skills besiegen. Das kann ja lustig werden. Okay. Machen wir uns erstmal Shibuya Anfragen. Gucken, wie das so Upworld-technisch aussieht. Sehe ich auf der Karte Anfragen-Kram. Ne, natürlich nicht. Was waren die Anfragen für hier? vordere erneut den boss was das ist interessant ich weiß nicht ob das die richtige richtung ist aber ich glaube schon so sieht man die anfragen wenn wir das letzte mal gespeichert ich glaube ebenso zum checkpunkt speicher und dann kommt man zum mann ich trau den braten nämlich nicht spiel hatte so auf die situation dass ich mir dachte ja passt schon und dann ist irgendwie so dass wir uns gar nicht da ist ein kontrollpunkt wenn es gleich ist einfach hinlaufen und nichts respond und Und jetzt, ich werde dich mit mir machen! Alles mit mir! Ich will mich? Es ist derselbe Dialog. Ich glaub sie war anfällig gegen Wind. Oh ne, Feuer! Es ist schwer. Es ist schwer. Keine Weaknessen, Oracle. Insect. Analyzing. Alles, warum machst du das? Du hast so viele Leute zu tun. Was? 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 Wann du sagen? Das ist Snap. Du hast nur belammplierte uns. Wann das zu ihr? Wann das, was alle das, die? Wann das genau? Wann du dir die Bantow? Wann's raus? Wann du einen Film von der Karten hatte? Wann du? Wann du? Wann du das Polo? Wir können for Alice in der Hande? Wir können für die Anlage medierende Stern nineteubst fangen. Wann dann? Oh mein Gott! Weiss das zu holen! Ja, wir werden wir! Was? Ich werde jetzt von Theater. Irgendwie ist der Kampf einfacher als vorher. Nächste Form. Die Firetruck? keine ahnung warum er jetzt noch mal es ist ein bisschen leben weil es einfach und wirklich schwerer scheint ja auch nicht zu sein ja also schwerer war er definitiv nicht ok damit ist die anfrage dann gibt es halt mehr experimenten? ach so hat er die automatisch abgeschlossen? ah hier ist er ja das ist lavenza das ist zendai siege besuche wo es durchsprecher die ist abgeschlossen ok ich kann die hier drin nicht abschließen wo genau ist die ach so das ist ach so ne die habe ich fertig in Shibuya ok das was ich kann hier raus ich muss gerade erst mal durch das menü durchblicken 1 2 3 ja okay das ist okay das geht in tuba ich frage mich warum ich immer wieder komplett rausschmeißt das ding ist jetzt mit sender mache ich sender zuerst fertig ich würde mal sagen ich speichere einfach macht dann sender das ist das ist nicht wenig erfahrungs gedürnse okay das ist bei das ist seiten weht vom schloss vorderer bereich ich bin verwirrt ich mein ich weiß welcher boss ne sukobus war aber ob die das meinen seitenweg vorm schloss das ist das schloss der seitenweg ist hier zurecht ich drücke mal die feuchertaste zum dashen ist hier eine sukobus bei? da ist eine bei licht oder wind? zählt das? nein anscheinend muss es eine bestimmte sukobus sein ich meine ich erinnere mich an einer ja ja wo der war normalerweise müsste die hier sein muss ich das mit wind machen? ja ich muss es mit dem skill machen ok cool auch ein bisschen komisch geschrieben aber hey kömmon die Oh Gott, ich muss hoch. Du musst also sowohl den richtigen Mob finden, als auch dann mit einem bestimmten Skill. Ich meine, gut, das war hier relativ einfach, weil hier sagt er halt, oh, mit Windiger irgendwas. Vielleicht konnte es noch Wind sein. Hoffentlich wird das nicht zu kryptisch. Oh ja, die haben uns so genotist. Das ist der Wahnsinn. Jetzt aber. Ich muss jetzt auch noch den Gegner auswendig lernen. Obwohl es geht. Jeder Palast hat so seine paar Gegnertypen. Es sind nicht zu viele pro. Das ist Lamina mit Eis. Okay, cool. Das sollte nicht. Ich wollte nicht aus dem Menü. Yeah, whatever. Okay, ich gehe mal eben pinker. Okay. Okay.